Inklusive DFB-Pokal sind es nun schon drei Spiele in Folge, die der erste FC Union Berlin für sich entscheiden konnte. Jetzt steht aber der Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach vor der Tür. Die Elf von Trainer Urs Fischer wird davon abhängen, in welchem System er spielen lassen wird. Hier ist wie abgebildet die 3-4-3-Formation unser Favorit. Groß und Schmiedebach konkurrieren in diesem System um den zweiten zentralen Platz neben Gentner. André steht ja nicht zur Verfügung. Im 3-4-3 würde auch Bülter vorne wieder die linke Seite besetzen und Polter verdrängen. Davon gehen wir auch aus, da wir gegen Gladbach mit Andersson und Polter nicht an zwei echte Sturmspitzen glauben. Dennoch lassen wir Polter für den Fall der Fälle als Option hinter Bülter. Stellt Fischer auf eine Viererkette um, müsste Schlotterbeck weichen und Gentner voraussichtlich auf die Zehn vorrutschen. Mit Schmiedebach und Groß hätten wir dann aber ein kompletten neues defensives Mittelfeld, was gegen den Tabellenführer aus Gladbach wohl nicht gerade von Vorteil ist.